Es ist Donnerstag, der 11. April 2024 und ich sage einen ganz ganz herzlichen und warmen und umarmenden guten Morgen an alle BOVA-HörerInnen da draußen. Bin mal gespannt, für welche Kaffeespezialität ihr euch heute Morgen entschieden habt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja mal auf dem sozialen Netzwerk eures Vertrauens unter dem Hashtag BOVA verraten. Und auch an dich, lieber Moritz, einen granatenstarken Morgen. Wie geht es dir an diesem gemütlichen Donnerstag? Moin Giorno, lieber Dax und liebe Hörerin, ich segne euch. Wenn ihr das teilt, euren Kaffee, dann tag doch auch die BOVA-Accounts auf Insta und sowas, weil dann können wir das alles nochmal einen weiteren Teiler drauf geben, um auch die Intensität quasi zu erhöhen des BOVA-Geschmacks. Dax, mir geht es gut. Mir geht es hervorragend. Denn pass auf, ich kann endlich, nee, gleich ziehen kann ich noch nicht, würde ich sagen. Aber ich habe Anschluss gefunden an etwas, wo du stark vorgelegt hast, hier im Podcast auch. Und zwar hast du doch zuletzt schon von zwei deiner Promi-Begegnungen gesprochen. Ja, genau. Kleiner Recap. Dax hat erst getroffen in, Moment, wo war es nochmal? In Belgien? In Brüssel. In Brüssel. Tom York, den Musiker von Radiohead. Und dann hast du noch in Köln oder wo war es? Auf jeden Fall am Rhein, ne? In der Rheinpromenade. Ja, genau. In Köln war das. Den mir nicht so ganz bekannten Frank Fußbräuch. Aber jetzt kenne ich ihn natürlich. Es waren die Promi-Wochen bei Dax Werner. Ja, so. Und jetzt pass auf. Und ich habe ja dann, wir haben ja vor den Podcasts gesprochen, habe ich gesagt, ich treffe nie Promis. Ich müsste vielleicht mal wieder in die Stadt reinfahren. Und einen Tag später bin ich in die Stadt reingefahren, nach München rein. Ist nicht wahr. Laufe dort herum, einkaufen mit meiner Frau gemeinsam. Und wir haben schon die Taschen voll und lassen uns nieder für eine Pause in Heidhausen am Pariser Platz. Und wer setzt sich gegenüber auf eine Bank und isst sein Mittagessen? Ein prominenter Fußballer. Thomas Hitzlsperger. Hat mich total gefreut, den mal zu sehen. Ich habe ihn natürlich nicht angesprochen, weil der hat gegessen. Ich habe gedacht, ich lasse ihn lieber in Ruhe. Und ich verrate auch nicht, was er gegessen hat. Es gibt auch für prominente Fußballer oder Ex-Fußballer das Recht auf Privatsphäre, würde ich sagen. Er ist ja außer Dienst. Da hat er nochmal ein bisschen mehr Privatsphäre. Aber was mich interessieren würde, hat er denn Kaffee getrunken? Nein, er hatte da keinen Bova dabei. Aber in meiner Vorstellung, ich bin ihm natürlich, habe ihm nicht nachgestellt, aber er ging dann auch nach zehn Minuten. In meiner Vorstellung ist er natürlich, es war einer dieser herrlichen Frühsommertage, die wir zuletzt hatten, ist er natürlich dort in München-Heidhausen in eines der vielen herrlichen Cafés gelaufen und hat den einen oder anderen Bova sich noch reingestellt. Er wirkte auf mich jedenfalls so, als würde er da insgesamt ein ziemlich gutes Leben führen in München. War ihm gegönnt. Hast du das Gefühl denn gehabt, dass er dich erkannt hat? Nein, natürlich nicht. Kann ja sein. Aber es würde mich wirklich, also, ein Thomas Hittelsberger, den Bova hört, wenn auch nur eine Folge, würde mich enorm freuen. Vielleicht kennt ihn ja jemand und kann ihm darauf hinweisen, dass er hier einen kleinen Cameo-Auftritt hat im Bova. Liebe Grüße so oder so, ob er es hört oder nicht. Und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, auch mal einen Promi wenigstens zu sichten. Ja, wunderbar, ehrlich gesagt. Ach man, das ist eine schöne Geschichte zum Start, denn wir werden gleich mit der ersten Meldung, die wir heute haben, etwas, ja nicht wirklich politischer, aber es wird schon ein bisschen ernst, denn Moritz, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so ein bisschen durch die Welt blicke und vor allem auch hier, wie die Diskussionen laufen in Deutschland, politisch, es geht nichts vorwärts, die Ampel stagniert, Scholz schilt jetzt irgendwie auf TikTok, da müssen wir auch nochmal irgendwann drüber reden. Hast du das gesehen? Hast du den Kanal angeschaut? Du, ich habe jetzt gerade noch, wir zeichnen dir abends auf, ich habe gerade gesehen, dass es bei TV Total Thema war, dass Scholz auf TikTok ist. Ja, klar. Alte Schule. Ich hatte dann so, oder ab und zu habe ich diese Idee, eigentlich müssten wir uns so alle Menschen, die irgendwie so Demokratie interessiert sind, wir müssten uns mal irgendwie alle treffen, so an einem Tag, weißt du? So alle gemeinsam, vielleicht in einem Stadion, so Berliner Olympiastadion und dann zahlt jeder was in den Hut, irgendwie so 29,90 Euro und dann gehen wir mal alle Probleme von morgens bis abends an und dann ist mir eingefallen, die Idee gab es ja schon mal. Dax, du sticherst hier in einer wirklich bei mir offenen Wunde. Es geht um 12.06.2020 Olympia. Die Älteren erinnern sich. Ja, ja. Was 2020 dank scheiß Corona nicht mehr stattfinden konnte, diese Petitions-Power-Event im Berliner Olympiastadion von den Einhorn-Leuten, wo ich wirklich Feuer und Flamme für war, wo wir herrlich drauf gegrindet haben, den ganzen Frühjahr und was dann nicht stattgefunden hat. Aber es war ausverkauft. Das habe ich zuletzt gehört, ist zumindest die Innensicht von einem der beiden Einhorn-Brüder, würde ich es mal nennen, nämlich von Waldemar Zeiler. Der war nämlich in einem Podcast zu Gast, der sich da nennt Sustainable Brand Stories. Na klar. Weil ich habe ihn mal gegoogelt und du weißt, ich bin Podcast-Fan, am liebsten höre ich ein Podcast und er war jetzt Anfang April da zu Gast. Und ich habe mir das mal angehört, weil ich mir gedacht habe, wie lebt sich so ein paar Jahre nach dem Big-Event im Berliner Olympiastadion? Was sind die Themen, die ihn umtreiben? Und da habe ich ein tolles Zitat von ihm mitgebracht. Also ich habe keine KPIs in meinem Leben, aber wenn ich einen hätte, dann wäre das wirklich tiefe menschliche Beziehung. Und egal wo ich bin, egal in welchem Kontext ich bin, weil das ist Leben. Wenn du irgendwo spazieren gehst und du drehst dich um und da steht jemand und du hast nur einen Blickkontakt oder du sprichst zwei, drei Worte und es ist real und du kriegst Gänsehaut, dann ist es okay, jetzt fühle ich mich am Leben. Kannst du mir kurz erklären, was ein KPI ist? Also ich habe es parallel gegoogelt, ein Key Performance Indicator, aber ich weiß immer noch nicht, was es ist. Also so richtig weiß ich auch nicht, aber das ist eigentlich doch ein Begriff aus der Wirtschaftswelt, ja? Also wo man dann sagt, na wie viel Umsatz, ich glaube so Umsatz ist doch bestimmt auch ein KPI, oder? Ach ja, bestimmt. Ja, also wie gesagt, ich kann mit Geld nicht umgehen. Ich weiß überhaupt nichts darüber. Und sein KPI ist Gänsehaut, nicht wahr? Sein KPI ist Gänsehaut. Es sind diese tiefen, menschlichen, realen Momente, wenn du so jemandem kurz in die Augen blickst und so zwei, drei Worte wechselst und das ist dann echt so, das ist so real. Das fand ich irgendwie ganz geil, weil so geht es mir nicht. Hast du sowas schon mal erlebt, so Gänsehaut nach dem Blickkontakt? Ja, jetzt bei Thomas Hitzlsperger. Thomas Hitzlsperger, genau. Aber ich glaube, es war eine einseitige Sache, nur ich hatte die Gänsehaut. Aber sag mal, wie hieß der Podcast, in dem er gerade war? Sustainable Brand Stories. Und das finde ich schon mal geil, weil ich frage mich, wie muss man drauf sein, dass man irgendwie einen Abo-Button drückt bei Sustainable Brand Stories und sich das reinzieht. Hey, geht das jetzt gegen mich gerade, oder was? Naja, so ein bisschen. Ich lese Waldemar Zeiler, ich klicke drauf und abonniere, ist doch klar. Nee, das kann ich schon verstehen, das kann ich schon verstehen. Naja, also und was ich eigentlich erzählen wollte, die Jungs beziehungsweise Waldemar hat jetzt ein neues Unternehmen gegründet. Schon wieder. Schon wieder, er hat es wieder getan. Und zwar heißt das Unternehmen jetzt nicht Einhorn, wie die veganen Kondome, sondern Zwei Horn. Nein, okay. Und sie sind aber jetzt in einer ganz, ganz anderen Branche unterwegs, nicht mehr auf dem Kondommarkt, weiß nicht ob jetzt, sondern in der, wie soll ich das nennen, die nachhaltige Energiebranche. Denn Zwei Horn und Waldemar verkaufen jetzt, oder machen gerade eine Startnext-Kampagne, wo sie so Balkonkraftwerke verkaufen, so Balkon-Sonnenkraftwerke, die man sich einfach so über die Balkonbrüstung hängen kann und dann ganz, ganz, ganz viel Energie einspart. Und das Ziel ist, dass irgendwie drei, wenn drei Millionen Menschen, ich glaube, so habe ich es richtig im Kopf, diese Balkonkraftwerke kaufen, dann ersetzt das sozusagen die Energie eines Kohlekraftwerks. Aha. Ja, da gibt es ganz viele von hier draußen am Stadtrand. Echt? Ja, ja. Also man muss wirklich sagen, hier im Stadtrand München, jedes Dach ist solarfiziert, oder wie man sagen soll, und auch diese Balkonkraftwerke sehe ich schon häufig, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob hier halt noch viele Leute sind, die da noch in Zweihorn investieren wollen, weil die sind schon wo. München, die Außenbezirke sind schon abgegrast, sagst du. Naja, wir können ja mal kurz ins Kampagnen-Video reinhören und danach können wir mal überlegen, ob die Leute bei dir in den Outskirts in München überhaupt gemeint sind mit diesem Clip. Und dann würde mich auch interessieren, was du darüber denkst. Ich spiele es mal kurz ein. So einfach geht's. Panel anbringen. Zur Sonne ausrichten. Fertig. Dafür braucht ihr laut Gesetz nicht mal mehr einen Elektriker. Und die Mehrwertsteuer? Die gibt's auch geschenkt. Und was wirklich geil ist, wenn drei Millionen von uns easy peasy ein Balkonkraftwerk aufhängen, dann können wir mit der erzeugten Energie ein Kohlekraftwerk ersetzen. Easy peasy, oder? Easy peasy. Also was ich jetzt, also als allererstes, der Clip ist total geil, wird hier in München nicht ankommen, weil da brauchst du irgendwie, du musst das mit Heimat verknüpfen, Blasmusik oder so. Also das richtet sich ja natürlich ganz klar an Berlin-Mitte. Aber ich muss mal sagen, drei Millionen Stück. Also in Berlin leben wie viel? Vier Millionen Leute? Drei Millionen, vier Millionen? Irgendwie sowas? Könnt ihr uns ja mal schreiben, gummo-at-boniker-wachmacher.de. Genau. Aber drei Millionen Balkone, das sind ja ungefähr alle deutschen Millionenstädte kombiniert. Und jeder Mensch müsste eins haben, der einen Balkon hat. Und dann aber auch, brauchst du ja Nordausrichtung, bringt ja nicht viel. Also das ist so viel um ein Kraftwerk. Also das klingt für mich irgendwie, ist nicht so eine geile Werbung. Das hätte man irgendwie mit den Zahlen besser tricksen müssen, finde ich, um die Leute zu motivieren. Weil drei Millionen ist super viel. Ich hätte es echt gern mal in Fußballfelder ausgerechnet oder in Saarländer. Ja, genau. Mir fehlt da ein bisschen der Vergleich. Was mir aber auch aufgefallen ist, du hast es ja schon gesagt, also bei dir in der Nachbarschaft siehst du die schon überall, diese Balkonkraftwerke. Und man fragt sich ja so ein bisschen, ja was ist denn jetzt, was ist denn die neue Idee sozusagen am Balkonkraftwerk von Waldemar Zeiler? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube irgendwie, er wollte einfach nur gerne nochmal ein Video machen. Und ich glaube, das ist bei ihm und bei seinem Kompagnon, Philipp, glaube ich, heißt er. Es geht jetzt gar nicht darum, ob da am Ende was draus wird. Auch bei Olympia, es geht erstmal darum, so geile Videos zu produzieren. Und ich glaube, die sind süchtig nach dieser Launch- und Publicity-Phase. Und was dann am Ende draus wird, ist scheißegal. Weil ich schätze, die haben schon ausgesorgt mit Einhorn. Puh, weiß ich jetzt, also keine Ahnung. Aber weißt du, Moritz, ich gebe dir zwar einerseits recht, aber andererseits habe ich mich gefragt, war bei mir natürlich auch der Reflex, wie bei dir, dass ich mir denke, oh Gott, schon wieder Waldemar Zeiler, oh Gott, jetzt ist er auch noch nackt in diesem Video, oh Gott. Ach, das wusste ich nicht, das hat man ja nicht gehört. Ach so, ja, für alle, die zuhören und das Video nicht kennen, er ist zumindest oberkörperfrei. Denn, das gehört auch zu seinem Programm, das erzählt er auch im Podcast Sustainable Brand Strategies. Es ist einfach sein Wesen, dass er sich nackt macht, ja, sowohl visuell als auch inhaltlich. Jetzt macht er sich da eben nackt und das große Ziel und so weiter, das Kohlekraftwerk. Und auch, dass es so hoch gegriffen ist, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt in Deutschland so, kommt das sympathisch rüber. Aber ich habe mich gefragt, ist nicht trotzdem an dem Grundgedanken, den die da verfolgen bei Zweihorn, und klammern wir mal alles aus, die ganze Berlin-Geschichte, Einhorn und diese Doku damals auf Join, aber ist an dem Grundgedanken nicht auch irgendwie was Gutes dran? Also können wir uns das leisten, da immer so Stilkritik zu üben? Und das dann, weißt du, dass es uns einfach kulturell, mental nicht gefällt, ist ja noch kein Grund, dass wir nicht, ich würde mir auch ein Balkonkraftwerk vielleicht aufhängen, wenn ich einen Balkon hätte. Ja, ich gebe dir diesen Punkt vielleicht, aber ich nehme ihn für mich persönlich nicht an. Denn ich bin ein Mensch, der kann nicht irgendwie das große Ganze sehen oder wirtschaftlich denken, das kann ich einfach nicht. Und ich denke einfach nur, ich gönne es nicht, wenn in Berlin-Mitte irgendwelche Leute, die eh schon viel Kohle haben, irgendwie, wenn die Lobos sich ein Balkonkraftwerk noch dran schnippeln lassen, da an ihren Balkon, und dann fühlen sie sich so, als würden sie irgendwie den Planeten besser machen. Ich bin statt drei Millionen Balkonkraftwerke lieber noch ein Kohlekraftwerk, sage ich, weil der Druck muss ja auf der Politik liegen, die Scheiße endlich mal zu ändern und irgendwie vernünftige Energie irgendwo hinzubringen und nicht irgendwelche Leute, die einen Balkon haben. Also ein Trollkohlekraftwerk nochmal. Genau, aber bevor jetzt irgendjemand eine E-Mail schreibt, oder gerne eine E-Mail schreiben an gomo-and-boniger-wachmacher.de, ich will nur dazu sagen, ich habe wirklich von solchen Dingen überhaupt keine Ahnung. Es ist nur je füll und ich tue es jetzt einfach mal kund. Und darum geht es dem Bova, ums je füll. Vielleicht nochmal ganz kurz, um das Thema abzuschließen. Die Startnext-Kampagne lief leider nicht so gut wie erwartet. Von den, ich glaube, 1,5 Millionen Ziel sind erreicht, glaube ich, 130.000 gerade. Entschuldigung. Aber die Kampagne ist nochmal um 30 Tage verlängert worden und das Ziel ist auch nochmal runtergesetzt worden. Also jetzt, seitdem man die zwei KPIs geändert hat, sieht das auf dem Fortschrittsbalken bei Startnext auch schon wieder viel freundlicher aus. Ja, vielleicht kann der Bova auch helfen. Auch hier will der Bova helfen, genau. Also viel Erfolg weiterhin und liebe Grüße nach Berlin. Ja, genau. Also der Bova, wenn ihr irgendwie ein bisschen Cash übrig habt oder jetzt ein Eurojackpot geknackt, dann macht doch einfach, weil wir würden ja auch gerne sehen, was noch draus wird. Der Bova ist ein Format, was Leuten gerne hilft, was KollegInnen hilft. Und deswegen haben wir auch die Rubrik Bova empfiehlt. Und heute bin wieder ich dran, einen Podcast diesmal vorzustellen. Der, denke ich, hat noch Luft nach oben und da würde ich gerne eine Empfehlung aussprechen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Dax, dann bitte gib mir mal die gute Musik, für Bova empfiehlt. Sehr gerne. Du liest gerne Thriller von Sebastian Fitzek? Du liebst Aktenzeichen XY, aber einmal im Monat mit Rudi Czerne ist dir zu wenig? Du wüsstest gerne, wie Enkeltrickbetrüger privat ticken? Dann hat der Bova eine exzellente Empfehlung für dich. Zeitverbrechen, den Podcast mit dazugehörigen Crime-Magazin. Jede Woche zerlegen Resolut-Lady Sabine Rückert, Ober-Nerd Andreas Sendker und Kollegen ein garantiert echtes Verbrechen in seine Einzelteile. Dabei lernt man allerhand, zum Beispiel, dass wir alle jederzeit zu eiskalten Killern werden können. Eine unheimlich prickelnde Vorstellung, oder? Noch mehr Erotik des Abgrunds. Jede Woche neu in Zeitverbrechen. Ist es zu stark, bist du zu schwach. Bova-Urteil, lebenslänglich, hörenswert. Lebenslänglich für Sabine Rückert. Habe ich kurz gedacht, dass das jetzt kommt. Ich habe ein tolles Format. Gut, dass wir es empfehlen. Könnte auch noch ein paar mehr Hörer vertragen. Meine zwei Zeitverbrechen-Beobachtungen und Lieblinge eigentlich sind zum einen, wie Sabine Rückert Sex ausspricht. Nämlich Sex. Immer Sex. Mit zwei weichen G. Weichen Essen, weichen G. Und das Zweite ist, dass sie mich manchmal, aber auch wirklich nur manchmal von ihren, wie soll ich das jetzt sagen, Sie blickt manchmal auf andere Menschengruppen so ein bisschen, erinnert mich das an Tarzan von TKKG. Ah, okay, ich kenne TKKG leider nicht so gut. Ja, der zeichnet sich. Ja, ja, genau. Genau, belassen wir es dabei. Also Respekt an Zeitverbrechen, findest du wirklich einen hervorragenden Podcast. Wir bleiben dran. Ob die Erfolgsgeschichte vielleicht dort auch noch größer wird, Dankenbova. Naja, mal sehen. Mal sehen. Wir haben heute auch Meldungen, aber keine Crime-Meldungen, sondern unsere Kurzmeldungen. Und was mich immer besonders freut, ist, wenn wir nicht selber recherchieren müssen, sondern wenn uns unsere HörerInnen etwas Schönes mailen an gummo.wachmacher.de. Und diesmal hat uns unser Hörer Nils etwas geschickt, nämlich aus Hannmünden. Das ist eine Stadt, Kleinstadt, bin mir nicht ganz sicher, in Niedersachsen, gerade an der Grenze zu Hessen. Und es freut mich, weil ich war schon mal dort. Zwei meiner KollegInnen bei Titanic, nämlich die aktuelle Chefredakteurin Julia Matthäus und der Zeichner der Titanic, Leo Riegel, kommen beide aus Hannmünden. Deswegen waren wir mal dort auf Besuch mit der gesamten Redaktion, haben uns das angeschaut. Ach, gleich zwei kommen aus dieser Stadt? Die waren sogar an der gleichen Schule. Und deswegen sind wir für eine große Strecke im Heft dort hingefahren und haben versucht zu erklären, wie es zu dieser Satiriker-Dichte in Hannmünden kommt. Haben aber keine Antwort gefunden. Das Bietigheim-Bissingen der Satire. Ja, ganz genau. Hannmünden ist jedenfalls eine Wasserstadt, würde ich sagen. Denn dort vereinen sich die Werra und die Fulda zur Weser. Und in diesem Wasserparadies soll jetzt laut dieser Meldung, das ist von hna.de, eine Surferwelle soll nach Hannmünden kommen. Die am historischen Nadelwehr an der Werra in Hannmünden geplante stehende Welle für Surfer darf gebaut werden, wird vermeldet. Die entscheidende Genehmigung für die sogenannte Werrawelle wurde vom niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz erteilt, sagte der Ideengeber, Entschuldigung, Fritz Fährensen gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. So, und das ist natürlich fantastisch, denn man sollte unbedingt mal nach Hannmünden, wo die beiden Flüsse zusammenkommen und zur Weser werden, ist toll. Da ist der Weserstein, das ist herrlich. Die ganze Stadt ist irgendwie von einem früher lebenden Dr. Eisenbart verhext. Es gibt lauter Statuen von dem. Und die Idee jetzt bei dieser Surferwelle ist natürlich, dass neben Dr. Eisenbart auch noch was in der Stadt ist, was junge Leute nach Hannmünden holt und die Stadt für sie attraktiv macht. Und das ist so eine Surferwelle. Kennst du so eine Welle? Ich habe die ehrlich gesagt, also ich habe sowas noch nie gesehen. Das einzige Mal, dass ich das gehört habe, war, als du mir in München erzählt hast, dass es so etwas Ähnliches irgendwie in München auch gibt und dass da mal ein berühmter Musiker tagsüber zum Surfen gegangen ist. Und da hat sich eine große Ansammlung gebildet. Ich weiß aber nicht mehr wer. Ja, das ist die berühmte Eisbachwelle. Die ist am Südteil des Englischen Gartens, neben dem legendären P1. Und diese Welle wurde im Jahr 2010, da habe ich in München studiert, war im Sommer der Musiker Jack Johnson, der ja Surfer ist, glaube ich, von Hawaii auch. Der war dort und der kam dort zum Surfen. Und das war erst, der ging dort einfach hin, wurde dann natürlich schnell erkannt und dann waren immer mehr Leute da. Und es sprach sich dann rum und es war für München natürlich eine große Sache. Und ich glaube, jetzt ist auch in Herrn Münden das Kalkül, dass Jack Johnson bald aufschlägt. Ja, fantastisch. Also es klingt nach einer sehr guten Idee, stadtentwicklungstechnisch. Und ist auch mal was anderes als so, weiß ich nicht, also es ist eine schöne originelle Idee, um vielleicht mal ein paar junge Leute da hinzuziehen. Eine Frage noch, hat Herrn Münden, also ich stelle mir, wenn ich das so höre, Hannover, Scharnmünden, da habe ich direkt so eine Fachwerk-Altstadt im Kopf mit so Kopfsteinpflaster und kleinen Bars. Ist es das, was ich denke oder ist es schon nochmal ein bisschen anderer Vibe dort? Also die Altstadt ist wunderschön und, glaube ich, auch berühmt. Wir sind da viel durchgelaufen und haben auch in so einem Ratskeller oder sowas gespeist. Also es ist schon herrlich. Man sollte dort unbedingt mal hinfahren. Es ist schon sehr schön und in ein paar Jahren kann man dann auch noch absurfen, wenn man Bock hat. Ja, cool. Sehr gut. Wir haben noch eine andere Nachricht bekommen und zwar von unseren lieben Kollegen von der Bunte. Die haben die uns jetzt nicht unbedingt an unsere Mailpostfach geschickt, aber wir sind einfach auf die Seite gesurft und Hammer-Nachricht, meiner Meinung nach, nämlich Thea Gottschalk ist dank Elke Heidenreich auf Insta. Also die Ex-Frau von Thomas Gottschalk hatte noch gar kein Insta-Profil, war mir noch gar nicht aufgefallen, dass sie noch gar nicht da ist. Und sie ist dank der Literaturexpertin Elke Heidenreich, was ja auch erstmal sehr unwahrscheinlich klingt, auf Insta. Und der erste Absatz dieser Meldung hat es schon in sich. Ich muss aber ganz grundsätzlich sagen, also die Meldungen, die wir von der Bunte lesen, die sind sprachlich eigentlich immer die interessantesten. Also die wissen einfach, wie man es macht, dass man dran bleibt. Ihr werdet jetzt erleben, warum. Ich zitiere, ein Totenkopf, ein Herz und dazu drei Worte. Love kills slowly. Liebe tötet langsam. Es ist ein Tattoo, das Thea Gottschalk neuerdings am Hals trägt und gerade als Foto auf ihrem neuen Instagram-Kanal veröffentlicht hat. Seitdem rätseln Freunde und Fans, was will uns Thea, die im März 2019 nach 42 Jahren Ehe überraschend von Thomas Gottschalk verlassen wurde, damit sagen? Eine Botschaft? Bisher hat sie dazu geschwiegen. Geil. Also wirklich Kompliment erneut an die Bunte, wie du schon sagtest, für diese tollen Texteinstiege. Ich erinnere mich gerade, in einer der letzten Folge haben wir über eine Meldung über Heiko Maas gesprochen. Der Artikel hatte die Überschrift, die Magie des Verzeihens. Und also da sind wirklich, ich weiß nicht, vielleicht haben die bei der Bunte irgendwie, wer könnte für die Schreiben verdeckt? Vielleicht schreibt irgendwie Daniel Kehlmann unter Pseudonym. Oder eben Elke Heidenreich selber. Ich finde das erstmal total interessant. Und David Schalko. Wenn Sie nichts zu tun haben, schreiben Sie für die Bunte. Ja, ist bestimmt gut bezahlt. Ich finde es erstmal interessant, dass es über Elke Heidenreich so eine Seilschaft nach Insta reingibt. Ich frage mich, wen sie bald noch reinholt. Ja, ich passe auf. Also das Buwa-eskeste an dieser Nachricht ist nämlich, wie Thea Gottschalk erklärt, dass Elke Heidenreich sie da hingebracht hat. Der Absatz geht nämlich so, Thea Gottschalk zu Bunte. Elke Heidenreich ist schuld, dass ich jetzt mit Instagram angefangen habe. Ich habe sie in einer Talkshow gesehen, in der sie erzählt, dass sie auf Instagram postet. Da dachte ich mir, dann probiere ich das jetzt auch. Ich bin aber noch am Anfang und muss erst lernen, wie das geht und was man alles machen kann. Meine Freundin hilft mir noch dabei. Oh, das ist echt extrem liebenswert. Wenn ich auch nicht auf Insta wäre, würde ich jetzt hingehen wegen Thea Gottschalk. Und wir haben natürlich direkt geschaut, weil wir sind ja so Günter Klum geschädigt, dass wir dann in unserem Buwa-Mindset trotzdem schauen, na was gibt es schon an Reels und so weiter. Was kann man sich vielleicht mal anhören und hier besprechen. Wir haben aber nur lieben Content von ihr gefunden. Unter anderem ein Reel, in dem sie mit ihrem Sohn, ich wusste gar nicht, Thea und Thomas haben zwei sehr erwachsene Söhne, die auch beide wohl in den USA leben. Und mit einem dieser beiden Söhne spricht sie einfach mal ganz gemütlich über das Wetter in San Diego. Mama, wie geht es dir erstmal? Wie hat es dir gefallen hier in San Diego? Ja, es ist schön, aber es ist auch ziemlich kalt. Natürlich nicht so kalt wie in Deutschland, aber sehr kalt hier. Das stimmt, ja, der San Diego Winter ist auch ziemlich kalt. Der San Diego Winter, das war Roman Gottschalk übrigens, der Golfer ist. Der ist Husband, Dad und Golf steht in seiner Insta-Bio. Aber meinst du, er ist so ein Golfer, sorry, dass ich unterbreche, aber meinst du, er ist ein Golfer, den man so richtig bei, es gibt auch diese Golf-Simulation, PGA-Tours, dass man da einfach Roman Gottschalk spielen kann? Oder ist es eher so ein Hobby-Ding noch immer bei ihm? Weiß ich nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass du als Sohn von Thomas Gottschalk ziemlich früh anfängst zu golfen. Das kann ich mir allerdings auch vorstellen. Deswegen glaube ich, dass er bestimmt gut ist. Also ich würde, wenn ich PGA-Tour spielen würde, würde ich auf jeden Fall Roman Gottschalk nehmen. Und das Lustige ist ja auch, dass dieses Real, das Format nennt er ja Ask My Mother. Die beiden sitzen ja auch in einem Golf-Card, falls du das gesehen hast. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Das finde ich schon ziemlich geil, ja. Ja, voll schön. Ja, viel Erfolg weiterhin an Thea Gottschalk und viel Glück für ihre Instagram-Karriere. Ja, man merkt ja bei Roman Gottschalk auch direkt am Moderationstalent, dass er der Sohn von Thomas ist. Ich finde das so geil, so ein Reel darüber über das San Diego-Wetter, dass es kalt ist, nicht so kalt wie in Deutschland, aber es ist halt kalt. Mehr muss ein gutes Reel auch nicht haben, meiner Meinung nach. Das stimmt. Moritz, wir sind nominiert. Oh Gott, wofür? Für den Grimme-Preis. Für den Grimme-Preis, das wäre angemessen. So weit sind wir noch nicht. Aber wir sind beim Deutschen Podcast-Preis nominiert. Ich erinnere mich gerade, ich erinnere mich gerade, ich habe uns ja eingereicht. Ach stimmt, du warst das. Also kann man eigentlich sagen, du hast uns registriert. Ja genau, aber es wird dann, damit es für alle nicht so peinlich ist, die auf dieser Liste steht, werden sie dann Nominierte genannt. Genau, wobei es ist ja ein dreistufiges Verfahren. Wir sind jetzt in, sozusagen alle, die sich registriert haben, können gevotet werden und die fünf Besten aus jeder Kategorie, die sind dann offiziell nominiert. Und da schaut dann noch eine Jury drüber und entscheidet dann, nach welchen Kriterien, I don't know, wer da in den Kategorien gewinnt. So habe ich es bis jetzt verstanden. Was ich interessant finde, ich konnte nicht herausfinden, ob es ein Preisgeld gibt. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, oder wir haben ja schon vorher kurz gesprochen, wir haben uns entschlossen und wir sagen jetzt offiziell, wir nehmen die Nominierung nicht an. Nein, weil der Boba ist einfach schon zu steil auf dem Weg nach oben, um in der Kategorie Newcomer, da sind wir nämlich drin. Es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich falsch an. Wir wollen anderen, für die das eine große Sache ist, den Platz nicht wegnehmen. Genau. Ich habe mal durchgeschaut, wer so dabei ist und unter anderem sind dabei Augstein und Blome und die Familie Ferchichi, also Bushido und Frau. Gizi und Guttenberg. Ja. Und das sind für mich alles ganz neue Gesichter am Podcastmarkt, also dann trete ich auch gerne einen Schritt zurück. Genau und deswegen würde ich auch sagen, auch Tommy Schmidt mit Kopa TS und ich glaube Hotz und Humzi sind schon dabei, nicht wahr? Ja, deswegen würde ich sagen, wählt bitte bei dieser Abstimmung nicht den Bova, liebe Bova-Fans, sondern schenkt eure Stimme einem von diesen aufstrebenden jungen Leuten. Bitte. Genau. Wir brauchen das nicht mehr, macht das einfach. Auch hier, auch hier Bova hilft, Bova empfiehlt und wir können ja mal die nächsten Tage einfach auch mal so ein paar ausgewählte Formate in unserer Instagram Story, Boniger Wachmacher ist da der Account, featuren mit einem kleinen Link, dass ihr dann die entsprechenden Formate vielleicht unterstützt bei der Nominierungsphase. Jeden Tag eine gute Tat und wir haben heute am Donnerstag genug gemacht, finde ich. Wie gesagt, wir sehen uns auf Insta, postet euren Bova gerne unter dem Hashtag Bova und markiert uns den Vorschlag von DAX eingangs, finde ich sehr gut. Ja. Und ich würde ansonsten sagen, das war's und bis Montag, liebe Leute, habt ein wunderbares Wochenende. Ich liebe euch, ich segne euch. Ich liebe euch auch. Bis Montag. Tschüss. 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 Tschüss.